Hallo und herzlich willkommen hier auf den neuen YouTube-Kanälen vom Tiffel, das ist meine Wenigkeit, auch im echten Leben Tim genannt. Und ja, 21 Jahre alt bin ich und nicht ganz neben mir, sondern ein paar Kilometer in derselben Stadt sitzt, also ein paar Kilometer entfernt von mir, sitzt der... ...McCain oder auch Marc im realen Leben, aber es spielt keine Rolle. Genau, es spielt noch keine Rolle, wo wir uns vielleicht öfter mal so ansprechen werden, das kann durchaus sein, weil wir uns halt im echten Leben kennen. Genau, ja, wir befinden uns hier gerade am U-Bahnhof-Färbeliner-Platz, wir wollen ein bisschen Omsi spielen. Genau. Jetzt fragt sich jeder, warum Omsi, einfach an wir fragen uns das, weil wir haben gestern eine Testaufnahme gemacht, da ging alles kaputt. Auch alles. Wirklich alles. Wirklich technische Störungen, es wurden Geräte ausgetauscht, mussten ausgetauscht werden danach. Genau, aber die Liebe ist zu stark. Es ist dann immerhin noch der beste Bussimulator, den es eigentlich gerade so gibt. Und ja, wir befinden uns im X10-Add-on, das bedarf, glaube ich, keiner großen Erklärung, wieso. Wir kommen aus Berlin, wir liegen Berlin und die gelben Busse sind da immer noch die besten. So sieht's aus. Der 115er, diese Linie fahren wir, wir beginnen am U-Bahnhof-Färbeliner-Platz und fahren bis zur Spanischen Allee, Potsdamer Chaussee. Genau. Also die lange Route und ja, warum die Linie, die ist doch relativ ruhig, ein bisschen entspannt. Ja, das stimmt. Vor allen Dingen von der Streckenführung geht halt vor allen Dingen geradeaus. Nur am Ende dann Richtung Spanische Allee, da wird's halt nochmal ein bisschen knifflig. Da fährt der Bus eigentlich auch nur zwei oder dreimal am Tag hin. Auch im echten Berlin, weil es nur so ein Schülerzubringer ist und den wollen wir jetzt einfach mal fahren. Genau. Hier ich ungewöhnlich für den 115er zwar, aber trotzdem habe ich mir hier ein Scania Citywide genommen. Ja, schon länger in Berlin unterwegs. Jetzt glaube ich schon gut seit vier, fünf Jahren. Und genau, damit fahre ich jetzt. Was soll man da noch groß zu sagen? Ja. Was fährst du? Ich fahre mit dem allseits bekannten MNDL 09. Ja, ziemlich bekannt für Berlin, denke ich mal. Der Doppeldecker Bus habt ihr eben schon sehen können bei mir in der Großaufnahme. Genau. Wieso machen wir eigentlich YouTube? Das ist ja noch die größere Frage. Warum denn gerade jetzt? Ja, also ich meine, YouTube ist da fast schon out. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ja, wir dachten uns einfach mal, wir wollen es mal probieren. Wir wollen gucken, wie viele verrückte Menschen wir eigentlich erreichen können, die uns lustig finden. Weil wir selber finden uns lustig. Ja. Wir selber mögen uns sehr und wollen mal gucken, was es noch so für Menschen gibt, die diesen Hang dazu haben, uns zu mögen. Und auch um sie zu mögen. Und deswegen wollen wir uns einfach mal gucken, wann wir zum Beispiel Kronk erreichen. Von der reinen Abonnentenzahl her. Man rechnet so im nächsten Monat damit ungefähr, dass ja, damit können wir eigentlich schon. Ja, so eine Messlatte haben wir. Das geht schon. Die erste Million wird nächste Woche kommen. Nee, wir machen das natürlich hier komplett zwanglos, einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Genau. Weil, ja. Neueste, ja, was wolltest du sagen? Ja, nicht, also, was wolltest du sagen? Ich wollte nur nochmal so einen Anhang an die Thematik beilegen. So neueste Änderungen in gewissen Gesetzes- und Rechtstexten fördern ja nicht unbedingt das Let's Play-Programm bei YouTube. Genau. Weil brauchen wir eine Rundfunklizenz. Ja, ja, ja. So, wir müssen auch beide raus. Genau, ich mach mal schon eine Minute an. Ähm, genau. Wir fahren zur selben Zeit. Äh, ihr wisst sicherlich alle, dass, äh, das alles, ähm, bei OMSI ein bisschen kompliziert ist. Äh, wir befinden uns ja nicht quasi, wir sind ja nicht auf einem Server, sondern wir haben beide unser eigenes Singleplayer. Er steht gerade vor uns, aber wir fahren natürlich zur Send-Zeit, äh, dieselbe Linie, äh, denselben Umlauf. Äh, genau. Ähm, dass dieses Video so auch so ein bisschen als Vorstellungsvideo fungieren, ähm, das ist ja unser erstes Video. Ähm, ihr werdet auf jeden Fall nicht nur, äh, um sie zwei, äh, erwarten dürfen auf unseren beiden Kanälen, sondern auch andere, oder, äh, andere Spiele, wie zum Beispiel Dead by Daylight. Ich wollte erst sagen, andere Multiplayer-Spieler, weil es ist ja kein Multiplayer-Spiel, also OMSI. Auf jeden Fall andere Spiele. Äh, gemeinsam, vielleicht auch mit anderen, die keinen YouTube-Kanal betreiben, ähm, sicherlich auch Singleplayer-Spiele, könnte ich mir vorstellen. Ja, ähm, das müssen wir alles noch schauen. Ansonsten, derweil beginnt es, wir fahren los. Ja, nochmal die Heizung ein bisschen hoch oder den Lüfter hochgestellt, hoffentlich heizt der jetzt auch irgendwann mal. Schauen wir mal. So. Gibt es immer diese eine Stelle, äh, wo man irgendwie, da ist irgend so ein unbekanntes Objekt, habe ich das Gefühl, da kommt man immer gegen. Ist immer ganz komisch. Und da, wie man vielleicht auch erkennen kann, ich fahre mit Tastatur, Tim dagegen mit Lenkrad, ich bitte es bei mir zu entschuldigen, aber ich habe bisher tatsache keine Notwendigkeit gesehen, mir ein Lenkrad für den PC anzuschaffen. Ähm, auch aus beruflichen Gründen, die vielleicht später mal erörtert werden. Genau. Brauche ich das nicht unbedingt. Er hat das schon oft genug, dieses Gefühl, sagen wir mal so. Genau, kann man so sagen. Meine, meine Pedale sind ja ein bisschen der Bus. So, die erste Arme stoppt uns direkt schon. Hier haben wir schon minus zwei. Also laut Dings. Gut, die rote Schrift lassen wir ab jetzt mal weg. Auch wenn ich finde, dass der Drucker hier, der Atron Drucker von Scania, also hier in dieser Version hier, wie er hier ist, doch relativ wenig anzeigt. Da steht nichts mit Uhrzeit, gar nichts. Naja. Fahren wir mal nach Gefühlen. Oh, da kommt ein Kollege, 101er. Kann ich den auch machen? Er mal NDL. Auch keine Ahnung. Schreckliche Linie. So. Ah, die Ansagen funktionieren. Das ist ja schon mal sehr gut. Ich will den Gang nicht hochschalten. Ich glaube, mein Bus ist wieder ein bisschen kaputt. Standardmäßig, wie immer. Also jetzt, der möchte mich hoch. Was ist denn das für Markierungen? Freunde. Wäre ich fast Geisterfahrermäse hier losgefahren. Übrigens, genau, ich fahre mit Hilfspfeilen. Das liegt daran, weil ich mir doch nicht mal ganz so sicher bin. Und gerne auch mal die Konzentration verlieren. Und ich hoffe, der schaltet jetzt gleich den Gang hoch. Oh, jetzt habe ich die Frau fast überfahren. Gut, naja, ist egal. Fängt ja schon mal gut an. Ja, ist noch früher Morgen hier bei Omsi. Der Fahrer ist müde. Kann ich noch mal einen Dauerschein, bitte. So, 2,50 Euro. Hallo. 10 Cent zurück. Ja, die Heizung läuft meiner Meinung nach schon. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich die steuere hier im Scania. Im Scania ist das dann automatisch, ne? Eigentlich ja. Aber es gibt ja noch so ein paar Zusatzdings. Da ist ja die Temperaturen schon auf jeden Fall ganz cool. Das ist eine normale Fahrerkarte. Ich wüsste nicht. Wir können ja mal hier so ein bisschen... Ach, bei mir meckern sie auch gerade um. Soll man da zu großartig sagen. Ja. Ähm, wie viel hat die Dame gegeben? 60. Drückt sie zurück. Ja, ansonsten wichtig ist, gerade läuft es noch sehr stabil bei mir. Ich habe 40 FPS. Ähm. Ja, ich habe 70. Jetzt gerade ein Leck. So. Boah, Alter. Und da kann man schon mal die Scania hochbetesten das erste Mal. Äh. Hab ich mich jetzt vertan? Wenn mal... Mein Gott, ey, jetzt... Entschuldigung. Lauf doch schneller, bitte. So, jetzt fängt nämlich die Aggressionsschiffler an. Ab der ersten Haltestelle. Ah. So. Ne, genau. Ich wollte nur anmerken, sicherlich kennen die Menschen, die dieses Video hier gucken werden. äh, OMSI, äh, weil man kommt nicht aus Zufall auf OMSI, denke ich mal. Ähm, ihr kennt, OMSI, wie es sich, ähm, verhält, ähm, selbst bei NASA-PCs. Eine Tageskarte. Ja. Die haben wir jetzt nicht, aber wir haben doch ganz gute, äh, PCs, würde ich sagen. Ähm, aber dennoch, ähm, ihr dürft jetzt hier keine durchgängigen 60 FPS erwarten. So, da haben wir jetzt schon sehr lange gebraucht am UBA 0-Fertigungsplatz. Wollte da jetzt jemand aussteigen, siehst du? Guck mal, der mag ist schon mal viel weiter als ich. Ne. Ja, ich musste erst mal wieder klarkommen mit dem Bus. Ich muss auch gerade mit meinem Bus klarkommen, weil mein Bus... Bin ich so früh? Nö, ich bin doch pünktlich. Ach, Freunde, das ist doch echt unmöglich. Mein Bus schaltet keinen Gang hoch. Na, dann funken. Wechselwagen anfordern. Normalerweise geht das doch weg. Wenn man irgendwie... Das kann doch nicht wahr sein. Es läuft alles so super. Und dann sowas. Ich werde gleich nochmal den Motor hier ausschalten. Ich fahre mal hier an der Haltestelle, obwohl hier niemand aus- oder einsteigen möchte. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, wie gesagt, diese kleinen Nachladeruppler muss man verzeihen. Das ist einfach um sie. Da kann man noch so viel Leistung haben. Das funktioniert einfach nicht bei diesem Spiel. So, ich habe jetzt mal den Bus reparieren lassen. Ihr seht das Interface da unten nicht. Jetzt versuchen wir es mal nochmal. Ansonsten hoffe ich, dass man mein Force-Feedback nicht allzu sehr hört oder meine Tasten. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist das erste Video. Jeder fängt klein an. Wir müssen uns verbessern. Wir haben schon sehr viel experimentiert und wir wollen jetzt auch endlich mal loslegen. Genau. Abwommen bei mir auch wahrscheinlich mit besserer Sprachqualität. Genau. Und die Gänge funktionieren wieder. Das ist natürlich sehr schön, sehr angenehm. Ja, wäre halt blöd, wenn nicht. So. Zack. Aber das ist ja auch immer so gefährlich mit der OMSI-KI, diese Kreuzung. Da ist ja ganz viel kalt hier drin. Warum ist es denn kalt, Freunde? Warte mal. Da möchte ich dann mal jetzt schauen. Müssen wir nochmal höher schalten? Machen wir nochmal höher. Müsste eigentlich hier alles... So, und da haben wir unseren ersten Unfall. Warum auch immer, irgendein Auto hat sich wieder gedacht. Ja, natürlich das Taxi. Gut, das werden wir jetzt aber auch nicht melden. Dann sollen sie halt alle aussteigen. Ach, Mann, ey, das ist wirklich... Das meine ich halt. Ist auf der Abbiegerspur nach rechts, will dann aber nach links rüber. Ja, das ist halt die OMSI-KI. Vielleicht ist es auch ein bisschen Realismus manchmal, ne? Naja, aber... Kann man doch durchaus so sehen. Das war eine Selbstmordaktion, also keine Ahnung. Aber ist egal. Dann ist der Bus halt wenigstens leer. Wo bist du denn gerade, wenn ich fragen darf? Äh, Friedrichsruher Straße. Okay. Da sind wir auch gleich, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Naja, wir müssen jetzt hier links rüber. Hoffentlich lässt das Taxi uns ziehen. So, jetzt bin ich Kuno Straße. Ja, genau. Ich bin ein bisschen hinter dir. Also quasi. Ach, wie schön wäre eine richtige Multiplayer-Funktion, ne? Naja. Da hoffen wir ein bisschen mit Lotus dann endlich mal Gehör zu finden. Ja. Unglaublich. Das wäre so toll. Das wäre so toll. Hier ist aber viel los. Also das ist keine Linie, die ich im echten Leben oft fahre, beziehungsweise nehme. Also nur... Also der 115er in echt ist halt wirklich eine... Also so zwischen 6 und 8 Uhr und dann so ab 13 Uhr ist der wirklich teilweise extrem voll. Einmal kurz Strecke, bitte. Genau, wir sind hier auch gerade um 6.40 Uhr unterwegs. Also quasi den Vorläufern des krassen Berufsverkehrs. Sofern es in OMSI simuliert wird, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, beim X10er war es tatsächlich so. Naja, bei OMSI ist halt der Römer so alles in der Sache, ne? Aber soweit ich weiß, war es bei diesem Head-On so. Jetzt haben wir gerade die Meldung bekommen. Unfallflucht. Okay. Ich hatte schon Angst. Ich hatte schon Angst, dass wir mit anderen Folgen voll frei sind. Vielleicht veröffentlichen wir auch mal unser Testvideo von gestern. Irgendwann, wenn dann mal. Das ist wirklich, da sind Worte gefallen. Also bei mir lief alles ganz gut. Ich hatte am Anfang Probleme. Der AKW war jetzt mega laut. Ich hatte am Anfang Probleme. Ich bekam dann teilweise meinen Bus einfach nicht an. Der ist nicht angesprochen. Kurzstrecke. Mäßig kriegst du hier. Eins zählen. Aber Marc selber hat es den Surround-Sound zerfetzt. Also nach der, als er dann um die ist abgestürzt und der Surround-Sound war einfach weg. Also auch wirklich nachträglich dann im Headset. Also es hat dann mit mehrmaligem Treiber, Neuinstallation, Software, Neuinstallation etc. nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Er hat sich eine Kachel auf die andere geladen während des Spiels. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist einfach gefahren. Oh ey, der Spiegel ist so scheiße eingestellt. Aber den kann man bei Omsi auch glaube ich nicht umstellen, ne? Ne. Salzbrunner Straße. Glaube nicht. Oh! Ja gut, da mussten wir jetzt mal ein bisschen schärfer bremsen. Das stimmt, weil ich mich hier auf den Spiegel gerade konzentriert habe. Ja, ich zeige heute keine Glanzleistung als Fahrer. Ja, wie gesagt, Tastatur und alles. Oh, bei mir läuft es gerade super. Also wenn man das wirklich mal, also... Ja, zu gestern vergleicht. Ich möchte nicht die ganze Zeit gestern ansprechen, weil sonst holt uns das Unheil noch ein. Aber gestern war echt schrecklich. Aber jetzt gerade geht's so. Ne, junge Dame, wir lassen die Halbeleuchtung an, weil die Vollbeleuchtung, die blendet mich. Oh, da haben wir einen Kollegen, das sieht aus wie ein C2. Neueste Anschaffung der BVG. Auf dem 110er hier wahrscheinlich, der hier auch bei Omsi im X10er add-on anders fährt. Im realen Leben würde der hier geradeaus über die Kreuzung von rechts nach links fahren. Aber das wurde hier auf der Map nicht hinzugefügt. Das war übrigens gerade ein gefährliches Manöver. Ich dachte, ich würde es noch passend rüber schaffen, aber sagen wir auch mal so, das Auto selber. Der abbiegende Autofahrer da, der hat auch ein bisschen zur brenzligen Situation beigetragen. Der hätte jetzt nicht unbedingt losfahren müssen, wenn da so ein Bus mit 50 kmh angefahren kommt. Dann ist er tot, nicht ich. Ich freue mich ja schon aus vergangenen Ereignissen her auf die Kreuzung nach Zehendorf-Eiche. Die ist bei Omsi nämlich auch 1A programmiert. So, Roseneck, 40 FPS ungefähr. Ja, bei mir da... Das liegt aber auch da, weil gerade drei Busse im Sichtradius waren vielleicht. Ja, bei mir, ich habe meine 23, 25 FPS, aber es ist doch eigentlich ganz gut, finde ich. Ich bin da ganz glücklich drüber. Es wirkt, ich kann zumindest ganz in Ordnung fahren. Das ist auch verdammt viel Verkehr. Ich habe den Verkehr sogar schon runtergeregelt, aber es ist echt krass. Also jetzt auf der Gegenseite ein bisschen. Und dann war der 186er, ja. Der fährt jetzt weiter nach Lichterfelde. Ost oder Süd, das weiß ich immer nicht. S-Bahnhof. Rathaus Steglitz und den... Ähm, ja, Rathaus Steglitz. Wollte gerade Hindenburg-Damm sagen, aber das wäre falsch. 249er. Ja, was man noch allgemein sagen kann, oder was ich, ja, sagen möchte, sehr gerne. Wie sind es denn, Nick? Tieg ist gerade am Anfang sehr willkommen, weil, wie gesagt, wir wollen das ja einfach mal so ein bisschen aufziehen. Schauen, wo es uns hinführt. Ähm. Und sind da halt auch einfach auf die Garten gewesen, auf konstruktive wohlgemerkt. Und deshalb immer her damit. Genau. Ja, sowas von, natürlich. Konstruktive Kritik ist immer super. Morgen. Ich hoffe... Aber die meisten kennen ja den Unterschied. Wenn, denn sind es Trolle, die einen beleidigen. Ja, nein. Begegnen einem... Das muss ja nicht sein. Muss nicht sein, nein, nein, aber... Weil, wir wollen niemandem schaden und... Wir wollen hier einfach nur Omsi spielen. Also jetzt gerade. Wie gesagt, wir wollen auch noch ganz andere Spiele spielen. Das Licht ist nicht aus. Aber gut, wenn euch das alles so stört, dann machen wir halt die Vollbeleuchtung. Gerade gibt Omsi mir auch keine Gründe zu meckern, muss ich sagen. Gerade läuft alles super. Oh, da hat uns gerade der X10 überholt, wie es scheint. Vorne habe ich mal einen Kollegen, Betriebsfahrt gerade, macht der. Setzt wohl ein, nehme ich mal an. Ich bin hier nicht der Experte zu sowas, ob das Marc. Oder McCain. Bleiben wir doch bei den Vornamen einfach so. Bleiben wir bei den Vornamen. Ja. Super. Ja, das ist für uns ungewohnt. Wir können uns nicht irgendwie McCain oder Tiffel nennen. Wir kennen uns eben schon eine Weile. Und er ist so ein neuer Name. Also so neu ist er nicht. Ich habe diesen Spitznamen Tiffel, seitdem ich 14 bin. Also schon eine ganze lange Weile. Bei mir ist es ähnlich. Genau. Jetzt müssen wir hier. Oh, jetzt müssen die beiden jungen Damen mal laufen. Hallo. Na, selbstverständlich kriegen sie die Tageskarte. Hier noch 6,50 Euro. Heute auch nicht mehr so. Wieder der Kollege. Ein anderer Kollege. Kann der jetzt mal bitte hinne machen? Oh, der LKW, der sieht doch schon wieder so verdächtig nah aus. Ja, dann komm, dann fahr zu. Boah, ey, ist das nah. Ansonsten, was mir nämlich gerade auffällt oder einfällt, falls jemand weiß, ich frage mich das nämlich, dass die ganzen großen Let's Player können das oder die Menschen, die irgendwas mit dem Computer machen. Also die Videos aufnehmen, die können das. Tastaturen-Sound, Lenkrad-Sound und so weiter. Wie man das am besten wegkriegt, das frage ich mich. Das verstehe ich teilweise nicht. Wie man das irgendwie wegkriegen kann. Weil ich glaube, ihr hört mein Lenkrad, ihr hört bei Marc sicherlich auch die Tastatur. Da müssen wir nochmal genauer gucken. Man, ey, mir fällt wirklich auf, dass die Spiegel im Scan, ja, hier bei oben, sie echt scheiße eingestellt sind. Man kann überhaupt nicht die, ähm, ja, man hat einen riesigen toten Winkel. Sag mal so. Oh, da haben wir einen Kollegen, Betriebsfahrt, hallo. Ja, zum Glück gibt es keine Radfahrer, ne? Das stimmt, ja. Das wäre sonst ein OMSI, glaube ich, tödlich. Für die Radfahrer und für die Performance. Früher, Radfahrer gibt es in dem Add-on hier. Hamburg Modern, Hamburg Hafen City, ich weiß es nicht. Ah, ist okay. So sehr drin bin ich in der OMSI-Materie da nicht, obwohl ich, wie gesagt, reichlich zocke. Aber wir spielen OMSI jetzt auch gerade wieder das erste Mal in einer relativ langen Zeit. Genau. So, Königin Luises Straße, Clay Allee. Mit 53 FPS ist für OMSI ein Spitzenwert. Ja, wie gesagt, läuft gerade super, gefällt mir. Aber der X-10er gerade, der fährt hier ein bisschen durch, durch die Station, deswegen ist er auch ein Xer. Wir halten hier überall. So, da drüben haben wir einen X-83er. Auch ein C2-Gelenkbus. Aber mit roten Sitzen, die sind eigentlich so jetzt derzeit nicht zu finden bei der BVG. Oder schon sehr lange nicht mehr zu finden bei der BVG. Ich glaube, die letzten roten Sitze waren auch in den alten Doppeldeckern. Guck, habe ich eine Tür vergessen? Ja. Ich würde es ja feiern, wenn ich vergessen habe, aufzunehmen gerade. Fällt mir gerade so ein, das ist, glaube ich, immer die Angst, die einen umtreibt. Leider brauche ich nur einen Blick nach rechts sehen, werfen und sehe, ja, ich nehme auf. Ja, das habe ich leider nicht mit dem zweiten Bildschirm. So, hier ist wieder die 30, aber wir haben noch nicht 7 Uhr, also können wir schneller fahren. Merke ich gerade. Weil die 30 wird hier auch gerne mal geblitzt. Im realen Leben, nicht in OMSI. OMSI hat sowas nicht. So, der Kollege vor uns, jetzt die Frage, also jemand möchte auf den mal aussteigen. Kommt da jemand angedackt? Ja. Zwei sogar. Zwei, drei. Oder, nee, die sind ausgestiegen, glaube ich. Hallo. 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 Steigen um, weiß ich doch nicht. Was ist da vorne los? Ich hoffe, die stehen da jetzt wegen der Ampeln. Bei OMSI, das ist echt so. Boah, jetzt habe ich drei Doppeldecker vor mir. Also, es ist jetzt hier so ein Konvoi gerade. Das schlägt sich natürlich auch wieder auf die Performance ab. Also, ich bitte, das nochmal zu entschuldigen. Ja, gut. Das ist wirklich gut. Wie gesagt, wie Tim vorhin schon meinte, wer OMSI kennt, weiß es auch. Also, der wird dadurch auch nicht überrascht sein, dass es so ist. Klar könnten wir jetzt ja auch irgendein Dorf-Map spielen, weißt du, wo die Busse alle drei Stunden fahren. Aber wir wollten jetzt hier ganz speziell mal mit Mix 10 Night On anfangen. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass man sich davon so beeinflussen lässt. Gut, da ist schon der nächste Doppeldecker hinter mir. Ey, was ist denn hier los? Immer so, also wir haben, Marc hat erst kurz den neuen PC, sagen wir mal, sich gegönnt, erworben. Auf dem Schwarzmarkt. Nee, ganz normal. Haben unsere 16 GB RAM, haben keinerlei Probleme mit anderen AAA-Titeln aus heutiger Zeit. Aber OMSI, OMSI zwingt jeden PC in die Knie. Ja. Ich glaube, das ist nichts Neues. Das muss man nicht erzählen. Das große Problem bei OMSI ist halt einfach dieses, dass es leistig wird. Es ist egal, wie viel Leistung ein PC aufbringen kann, ab einer gewissen Stufe ist Schluss. Genau. So. Meine Zuschauer konnten jetzt zum Beispiel irgendwas sehen, was mir auch neu ist. Und jetzt kriege ich gerade wieder Angst. Oh, jetzt hören wir gerade die U3. Ach, Mann. Quietschen. Ja. Wieso, was ist denn passiert? Nichts. Ich bin in irgendein unsichtbares Objekt gefahren. Das ist mir noch nie passiert auf dieser Linie. Und jetzt habe ich meine konstanten 14 FPS wieder. Hallo. Och, es lief so schön. Ich habe mal meinen Bus reparieren lassen. Deswegen ist er wieder angesprungen. Das Problem ist, dass ich jetzt Angst habe, dass wir in so ein Loch fallen. Ja. Das Loch habe ich schon öfter beobachtet bei OMSI. Kommst du einmal in so ein tiefes, ich nenne es jetzt mal Leckloch, also wenn es leckt, dann kommt OMSI manchmal dann nicht mehr raus und es sieht ganz danach aus. Das ist jetzt so wild. Ja, hoffentlich es mal nicht. Naja, es sieht danach aus, weil es gibt keinen Grund, warum es jetzt so lecken sollte plötzlich. Wir fahren dann noch eine Station, ansonsten versuche ich mal neu zu laden. Also erstmal die Kachel. Vielleicht würde es ja dann auch nützen, einfach, dass ich mal kurz raus bin. Oder wir einfach mal kurz eine Pause machen oder so. Und dann das einfach zusammenschneiden hinterher. Ja. Wird ein bisschen aufwendiger, aber man betreibt bitte hier nichts zum Spaß. Ja. Ja, die kannst du ja mal kurz, die Zentrale fungt dich an, sagt es sollte man sich mal an. Wann, dann die Leitstelle bitte. Die Leitstelle. Zentrale. Ich sage mal zentraler. Ja, also es ist jetzt 20 FPS. Ja, aber Angst. Vielleicht wird es jetzt besser. Ich weiß es nicht. Gut, dass mir ist das sowieso aufgefallen. Das sieht man gar nicht so im Video hinterher. Ich habe mich immer vorher gefragt, wie es bei den ganzen anderen Omsi-Let's Playern aussieht. Weil es bei denen immer so flüssig aussieht. Aber im Video selber merkt man es gar nicht dann. Dass man hier mit 20 FPS durch die Gegend gobt. Oh, Leichertstraße will man einsteigen. Das ist wirklich eine Premiere. Versuchen wir mal ganz kurz was. Ich hoffe jetzt, dass er Omsi nicht komplett den Geist aufgibt. Jetzt lädt er hier die Kachel. Gut, ich weiß zwar nicht, warum die Straßenbeleuchtung jetzt da die ganze Zeit mal hell und dunkel wird. Ah, jetzt lädt er wieder eine Kachel. So, gut. Jetzt sind wir wieder am U-Bahnhof Oskar-Leneheim. Jetzt hoffen wir mal, dass sich alles bessert. Jetzt, ach so, wir kriegen jetzt neue Fahrgäste rein, wenn die anderen rausgefunden sind. Eine Fahrkarte bitte. Ja, eine Fahrkarte. 50, 10, 10 zurück. Hallo. Hallo. Wir haben vielleicht gesehen, dass die FPS-Anzahl doch ein bisschen besser war. Aber denke ich, sind wir nicht in so einem Black-Block drin. Oh, ich merke aber gerade, ja? Nee. Nee, ich merke gerade bei mir, dass, wenn die Türen offen sind, der Individualverkehr wirklich extrem laut ist. Wenn die jetzt die Türen zu sind und ich fahre, dann geht es von der Lautstärke. Aber wenn die offen sind an der Haltestelle, dann sind die Autos so laut, die an mir vorbeifahren. Ja. Muss ich vielleicht dann in Zukunft mal ein bisschen leiser stellen. Mann, ey, hier jetzt. Also ich nähere mich jetzt hier in der Eiche und hier ist schon wieder wirklich ein Bus-Konvoi. Was halt wirklich immer ein bisschen blöd ist, denn es macht das Spiel instabil. Wenn hier so viele Busse sind. Darum, das ist auch der Grund, warum wir nicht direkt die Linie X10 fahren. Aufgrund der Herzallee einfach gerade. Da Endhaltestelle am Zoo, das wollten wir uns jetzt nicht antun am Anfang. Auch aus Erfahrungswerten. Ja. Und deshalb haben wir uns den 115er ausgesucht. Ja, es ist halt einfach wirklich, also ich kann es ja so sagen, man hat hier eine, weiß ich nicht, 1100 Euro Grafikkarte eingebaut und hat ein eigentlich super System und so ein Spiel macht einen das alles irgendwie so ein bisschen madig. Das stimmt schon. Und da hoffen wir wirklich, dass Lotus dahingehend besser wird. Genau, weil man muss es einfach sagen, Omzi ist ein grandioses Spiel. Also für den Simulator, ja. Für den Simulator, es ist, also ich selber, der jetzt keine praktische Erfahrung hat mit echten Bussen, habe das Gefühl, dass das hier relativ realistisch funktioniert alles. Und die technische Seite von Omzi oder die technische Seite des Spiels macht das Ganze dann ein bisschen kaputt. Ich glaube, hier parkt einer wieder in der zweiten Reihe. Aber ansonsten, da hoffen wir wirklich, Lotus soll das besser machen. Dann, dann weiß ich nicht, dann suchte ich glaube ich auch erstmal, wo das rauskommt und alles gut läuft. Vor allem, da hast du ja auch noch Straßenbahn, S-Bahn, U-Bahn, Flugzeuge, die dann irgendwann dazu kommen. Hab Angst, dass sie sich da zu viel vornehmen. Naja. So, Zehendorf, Eiche. Hier hat in der Testaufnahme das Unheil seinen Anfang genommen. Komm. Schauen wir mal, ob wir heute weiterkommen, an Zehendorf, also S-Bahn, Zehendorf. So. Bisher haben auch noch alle Autos ihre Texturen, also das sieht gut aus. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, ich nähre mich auch so langsam. Oh, der Kopfalter, U530, Zintaro von Mercedes. Schaf nicht, krass. Subunternehmer, ich glaube, Tator, ich weiß das gar nicht, oder Potsdamer? Potsdamer. Potsdam ist, ähm... Nein, nicht Wipp. Wipp hätte ich erkannt. Das war so ein grün-grün-grauer Bus. Wipp ist ja so blau, blau-lila, glaube ich. So komisch. Also die normalen Potsdamer Verkehrsbetriebe da. Ich merke hier gerade, der Kopf, glaube ich, nicht so richtig mit der Straße beleuchtet. Schon klar, wir haben hier so ein paar Lichtprobleme immer. An den Hausfassaden vor allen Dingen. Aber das ist auf der Map, das ist mir öfter aufgefallen, glaube ich. Ja, ja. Das ist halt auch so. Was soll man sagen? Das ist Omsi. Omsi 2. Omsi 2. Omsi 2, ja. Hier bin ich immer ein bisschen verwirrt, wie man das macht, aber ich, äh... Fahr mal hier einfach so entlang. Fertig. Das Bahnhof Zehendorf. Oh, weh, der fährt jetzt wieder rein. Nee, diesmal, das war eben die Kreuzung, die... Da fährt die KI teilweise wirklich, wie sie will. Und, alles noch, äh, in Ordnung? Bist du nicht ganz plötzlich woanders? Ja. Nee, ich bin ordnungsgemäß hier an der alten Stelle diesmal angekommen. Super. So, hier haben wir das obligatorische Auto, was immer geparkt. Das ist so, das geht nicht anders. Das muss da parken. Immer dieses Auto, immer dieser Platz. Fahrschein normal und 10 Cent gibt's zurück. Ach, Alter, jetzt ist mir ja der Kollege hinten reingefahren. Na, volle Kanne hattet ihr scheppert. Alter, Schwede, hier geht schon wieder alles drunter drüber. Ich hab jetzt schon Angst. Hab jetzt schon Angst. Na, 10 Cent auf Eiche. Der ist mir richtig fett reingefahren. Hinten rein, also echt. Der Kollege. Naja, der wollte halt einfach jetzt eine Pause machen, ne? Und irgendwie, weil der da jetzt auf die Polizei wartet und so, ist ja alles bezahlte Arbeitszeit. Ja. So, hoffentlich. Obwohl, betriebsinterne, ja, ich sag mal, Berührungen der Busse, solange da jetzt nichts schwerwiegendes ist, das wird ja nicht über die Polizei geklärt. Also, Freundin, dann hättest du da auch hier hinten hinlaufen können. Ach, dass ich das jetzt echt mache, dass ich hier nochmal anhalte. Ja, jetzt wissen wir auch noch ein Ticket. Ja, noch eine Tageskarte mit Kleingeld bezahlen. Mist, ich hätte abbiegen müssen. Siehst du, ich noch vorhin großkotzig, ja, kannst du den 115er nicht so und vergesst abzubiegen. Tja. So eine Scheiße. Aber ich glaube, ich kann hier vorne auch abbiegen. Ich wundere mich schon mal um die nicht einsteigen wollen. Ja, kann aber auch im echten Leben passieren. Alles schon erlebt. So, jetzt müssen wir aber nur mal gucken, dass Omsi die Straßen hier auch eingefügt hat. Ja, ich glaube, da vorne geht das tatsächlich. Da fährt ja, glaube ich, eine Nachtbrusten ja auch im langen Omsi. So, jetzt haben wir hier komische Schattenprobleme. Ne, jetzt nicht mehr, gut. Ja. Hier rechts übrigens das Rathaus Zehendorf. Da haben wir auch gleich die Haltestelle. Genau, Zehendorf ist ein schöner Bezirk. Also, Stegle-Zehendorf ist der gesamte Bezirk. Zehendorf ist eben ein Teil des Bezirks. Schöner Bezirk wird da auch als Bezirk der Reichen und Schönen bezeichnet. Sehr teuer. Mag ich. So. Wow, das ist aber hier auch eine relativ scharfe Kurve. Uiuiuiuiui. Kommt da jetzt jemand? Ne, der im Rot. So. Naja, fahren wir eine kleine Ubleitung hier. Tun wir mal so, als ob da einfach eine Baustelle gewesen wäre, da vorne. Wurde übrigens gerade angezeigt, dass ich mich unerlaubterweise vom Unfallort entfernt habe. Falls ihr euch wundert, warum eben alles gestoppt hat. Ihr seht das glaube ich nicht. Diese Fenster von Omsi. Hier ist wieder so eine enge Kurve. Eieiei, hier wird das auch knapp, oder? Das ist ja Oma. Ne, sieht gut aus. So, siehst du, hier sind wir nämlich richtig. Was macht der denn hier vorne? Gut, der schaltet jetzt schon weiter, obwohl wir aber Mach-Noah-Behr-Lab erst sind. Behr-Lab-Straße, wie die Oma ist. Das war der mal hier vorne. Behr-Lab-Straße, Behr-Lab-Straße. Können wir da jetzt auch nochmal zurückgehen? Hör mal. Das ist aber echt dunkel. Ich hoffe, dass das auf YouTube, also dir geht das, aber für Zuschauer ist das ja oft so eine Sache. Hoffentlich sieht das nicht noch dunkler aus nach dem Rändern. So, jetzt fahren wir richtig, aber hier darf man nur 30 fahren. Ah ja, dann sind wir jetzt quasi auf dem selben Stand. Da habe ich dich eingeholt. Bin auch gerade reingekommen. Vielleicht komme ich jetzt gleich Kamphausen an. Achso, Kamphausen. Okay, da bist du noch. Achso, okay. Da ist also eine Haltestelle übersprungen. Ne, ne. Na, macht nur Straße, Behr-Lab-Straße. Fahr ich gerade. Und jetzt fahr ich gerade für Kamphausen. Ja, weil davor schon die 30er-Zone. Ja. Das ist jetzt nach deinem Stand eingefallen. Ja, die Bäume hinterlassen. Hier gibt es teilweise komischen Schatten auf der Windschutzscheibe. Ja, ja, ich fahr scheiße. Das ist warm. Es liegt daran, weil ich mit der Tastatur halt ständig Gas geben muss. Man das Gas ja nicht halten kann. Wie jetzt bei Pedalen. Und das mögen die Fahrgäste. Nicht so. Also, ist ja auch logisch, aber nur als Erklärung. Okay, was war das jetzt für ein Sound? Ach, es wird ja immer besser. Was ist denn jetzt los? Ja, du fährst halt ein MNDD, ne. Das sind halt... Warte mal, ich muss mal gucken. Vielleicht sind meine Pedale... Ja, meine Pedale sind ausgefallen. Also, das ist jetzt tatsächlich mal ein Problem, was OMSI nicht betrifft, sondern meine Pedale. Das ist ja super. Ich kann ja noch nicht mal bremsen. Geht das mit Tastatur? Warte mal. Wie bremst man denn? Oder der bleibt einfach stehen? Ah, da wäre wenig einmal Pedale und schon bringt da weiter in die Hütte. Jetzt sind sie wieder an. Alles gut. Das war ja jetzt komisch. Es ist ja unglaublich. Damals war OMSI nicht so Fehler anfällig. Oder das waren jetzt meine Pedale. Das war alles... Damals konnte ich zocken, richtig. Da konnte ich zwei Stunden am Stück OMSI spielen, wenn ich Bock hatte. Aber heute sage, habe ich das Gefühl, dass das nicht geht. Das ist so instabil irgendwie. Je besser der PC ist, glaube ich. Ja. Ist ja auch eine alte Engine, muss man ja dazu sagen. Ja, das ist auch eine Engine, die einfach... Naja. Sie ist gut gemeint. Sie ist gut gemeint, das kann man sagen, ja. Ach so, eine 30er. Ich meine, diese komischen Schatten. Ein bisschen seltsam. Bääb. Wir geben einfach mal ein bisschen mehr Gas und lassen dann rollen. Das ist wohl angenehmer. Ach, wir sind zurück bei den 30 FPS. Das ist doch schön. Ist ja auch nicht mehr so weit. Bis zur Endhaltestelle. Obwohl, wir fahren ja bis... Ah, wir fahren ja weiter. Das sparen ich, ja. Muss ich nicht sagen. Da bin ich vielleicht einmal hingefahren in meiner OMSI Karriere. OMSI Karriere. Ich kenne mich da gar nicht aus. Da sind die Hilfspfeile auf jeden Fall angebracht. Ansonsten habe ich sie halt einfach so an, weil ich mir manchmal nicht so sicher bin. Gerade auch, weil ich die Konzentration verliere, wenn ich nebenbei spreche. Deswegen habe ich sie lieber an. Marc, du hast sie aus, ne? Ich habe sie aus, ja. Genau, das sollte man auch erwarten. Das ist so. Naja, aber ich verfahre mich trotzdem. So, hier Ludwigsfelder Straße, hier hast du oft Häftlinge, wenn die entlassen werden. Dann steigen die hier ein, weil hier irgendwo eine Justizanstalt ist. Ja, genau. Die ist in der Nähe. Ludwigsfelder Straße. Die Haltestelle kenne ich natürlich ganz genau. Marc weiß auch warum. Ich selber sage mal nicht warum. Ja, Marc, das ist Datenschutz-Grundverordnung und so, mehr sage ich nicht. Ja, ja. Aber wer? Hat das was mit der Datenschutz-Grundverordnung zu tun? Ach, nichts, das ist einfach die Haltestelle in der Nähe. Von was denn? Ludwigsfelder Straße. Ich weiß nur, dass da irgendwo, weiß ich nicht, irgendwas mit Knast sein soll. Ja, da ist ein Knast. Ja. Ja, egal, man, man kann es da einfach sein. Da wohnt ein Familienmitglied von mir in der Nähe. Was habe ich doch so oft gesagt? Ja, stimmt. Habe ich da extra gesagt? Das darf ich später in der Aufnahme nicht sagen. Das darf ich nicht, weißt du? Weil sonst wissen sie alle, wo er wohnt. Aber jetzt wisst ihr auch, wo das Geschlecht ist. So, ich habe schon wieder hinter mir einen Kollegen. Ich weiß nicht warum. Genau. Das bist du, Tim, ne? Ja, das kann sein. Der fährt auch an die Haltestelle ran. Was ist denn? Wer ist denn das? Ich muss da jetzt mal ganz kurz rausgucken. Es tut mir leid. Was? Ab Betriebsfahrt, okay. Aber der fährt an die Haltestelle ran. Genau. Und die Haltestelle, hier rechts müsste die JVA sein, glaube ich. Das ist eine JVA, glaube ich. Ja, genau. Oder irgendwas anderes. Eine JVA ist ziemlich groß. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber genau, diese Haltestelle kenne ich. Hier sitzt regelmäßig. Also, die male, wenn ich da bin, wenn ich hier bin, um 3 Uhr morgens die Dorfjugend tatsächlich und betrinkt sich. Das ist sehr interessant zu beobachten, wenn man aus der Innenstadt kommt. Ja. So, hier haben wir zwar so einen Wackelweg, sage ich mal, aber hier sind Tatsache 50 kmh erlaubt. Ja. Auch wenn es gerade sehr laut ist, es tut mir leid. Welcher Straße? Ist gleich vorbei, hoffe ich. Ja, ist ja auch gleich vorbei. Das ist irgendwie dann ein Weilchen. So, hier kommen wir zur Neuruppiner Straße der eigentlichen Endhaltestelle. Das normalen 115, das so zu sagen. Aber wie gesagt, wir haben ja diesen Schulzubringer, der jetzt noch zusätzlich weiterfährt. Genau, ich habe jetzt hinter mir auch einen Kollegen. Ja. Kamen irgendwie aus dem Nichts, habe ich das Gefühl. So, jetzt können wir auch mal gleich hören, wie das Phosphate weg. Also, das Ganze in Ordnung, glaube ich. Also, ihr werdet es hören, glaube ich. Ich glaube, es ist still und habe beim Markt. Ich glaube, der Kollege fährt halt weiter mit. Ja. Das könnte der 118er sein. Der fährt halt, glaube ich, auch lang. Alter, das ist ordentlich gerade. Das ist ordentlich. Da müssen wir noch mal gucken, wie wir es mit dem Force Feedback machen. Ich bin mir sehr sicher, dass das stürmend sein kann. Also, ich finde es geil. Mir gefällt es. Aber für euch vielleicht nicht als Zuschauer. Ach, jetzt müssen wir hier halten. Die enthaltenestelle ist da vorne. Und die Kurve hier ist auch immer riskant mit der KI. So, und jetzt muss ich sagen, die Linie kenne ich jetzt kaum noch. Rechts abbiegen und dann der Straße voll und dann nochmal links abbiegen später. Gut. Ich habe Hilfsfreie. Einer der großen Vorteile am Scania Citywide sind die manuellen Türen. Also, jetzt hier in Berlin, jetzt im realen Leben, wo die Fahrgäste doch ganz gern mal den Türbereich blockieren. Beim MRNDD zum Beispiel gehen die Tür dann einfach nicht zu. Solange da sich ein Hindernis befindet. Aber hier beim Scania kannst du die einfach zuknallen. Ich warte mal, bis das Taxi vor uns hier fährt. So, jetzt muss ich aber, glaube ich, auch... Oh, da haben wir ein bisschen stark eingelenkt. Tut mir leid, das war durch diesen Kachel-Lader wieder. Ah, Mann, ey. Gut. Ach, komm, jetzt fahr bitte. Danke. So, ich glaube, das war jetzt direkt hier links, genau. Hier muss ich jetzt nämlich nochmal selbst überlegen. Oh, 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 ja, Unfall. Ist halt so, Freunde. Was soll ich machen? Und da haben wir wieder ein C2. Ein 18er, sag ich ja. Der hätte ja auch nicht weiterfahren müssen. Also manchmal... Ja, ist die KI. Was heißt manchmal? Sie ist immer so. Aber in einem echten Leben würde dann ein Auto halt anhalten und einfach vielleicht mal zurücksetzen, um einen durchzulassen. Und nicht weiterfahren. Auf einen. So, jetzt hier rechts. Okay, ach so. Ohne Blinker. Ach so. So. War doch jetzt weiter geradeaus, ne? Oh, jetzt war ich mir nämlich auch gerade unsicher. Mann. Schauen wir mal. Ja, Marc, wie oft bist du denn jetzt hier im echten Leben zur spanischen Allee gefahren? Einmal. Einmal, ja. Einmal. Gut, vielleicht hat man es schon mitbekommen. Ich arbeite bei der BVG. Ich fahre selbst Bus und U-Bahn und bin den 115 auch schon selbst gefahren, aber wie gesagt, nur einmal zur spanischen Allee, weil sie halt auch zu selten fährt. Genau. Wir wollten es doch ein Geheimnis sein, was. Ja, war lang genug ein Geheimnis. Ja, genau deswegen braucht Marc jetzt auch nicht unbedingt ein Lenkrad, so wie ich, weil Marc hat das sowieso so gut wie jeden Tag, dieses Gefühl. Ich leider nicht. Ja, da kommt sie einfach durch den Bus gelaufen. Manchmal, ach so, jetzt abgeschwärts. So, das war die Endhaltestelle. Jetzt fahren wir noch zur Betriebshaltestelle. Manchmal würde ich mir tatsächlich wünschen, im echten Leben wirklich mal Bus zu fahren. Also so richtig im Linienbetrieb, aber irgendwie eine Ausbildung anfangen. Ich weiß nicht, bei der BVG, ich bin mir da immer so unsicher. Aber der Marc macht es. Ja, obwohl mein Herz halt eher für die U-Bahn schlägt, sage ich ganz ehrlich. Aber das geht schon. Am Rohrgarten, okay, das sagt mir sogar was. Das ist mal ein schöner Sonnenaufgang hier gerade. So, jetzt haben wir wieder den letzten Kachel, Lade, Moment, hoffe ich. Wir fahren übrigens, einfach jetzt kurz zum Schluss mal zur Info, mit realem Wetter aus Berlin, 11 Grad Celsius gerade. Naja, das stimmt sogar. Genau. Wie man meine Uhr verrät. Als Handy während der Fahrt gehen wir natürlich nicht. So, hier mache ich mich mal ein bisschen breit. Weil hier abbiegen und wenn dann da jemand in der zweiten Spur angedonnert kommt, auch nicht so gesund. So, der LKW hat sich da hinten der Zeit gelassen. Dann können wir hier mal rumbrettern. So, jetzt haben wir hier die Endhaltestelle, okay, und davor parkt ein Auto. Na, super. Bist du schon einmal rumgefahren? Wie einmal rumgefahren? Na, auf die Spanische Allee. Bis hinten und dann gewendet. Ne, noch nicht. Okay. Also, ich bin jetzt sozusagen an der Einhaltestelle hier und dann steht da, also gut, du hast ja keine Hilfspreis, steht dann nach links 115 und Hof C. Naja, auch zum Hof, ja. Ja, genau. Dann wollen wir mal hier gucken. Wägen wir hier wieder rechts ab. Und dann haben wir unsere erste Fahrt und damit unsere erste Aufnahme auch schon so gut wie geschafft. Komm, Kollege, ja. Oh, jetzt hat er hier schon den Fahrplan ausgewertet, weil ich nah an der Haltestelle bin. Ich müsste, glaube ich, auch gleich schon wieder los. Ne, müsste ich nicht. 17 Minuten Pause. So, hast du, genau. Jetzt muss man hier einmal rumfahren. Genau, einmal dann links rein und dann bis nach hinten. Bis zu dieser Wende-Dings. Genau, daran kann ich mich noch erinnern, als ich einmal hier gefahren bin und um sie da dachte ich, ich wäre falsch, weil ich die ganze Zeit hier gerade ausfahre und schon die Endhaltestellenansage kam. Genau, und jetzt muss man hier links rum. So, jetzt müssen wir halt mal aufpassen, weil nicht, dass das Heckteil da hinten jetzt alles mit abräumt. Na gut, das sieht man jetzt natürlich nicht mehr, weil da kommt nämlich ein LKW. Ich warte mal kurz. Und kommt der? Ich gucke mal kurz raus. Ah, ne, die warten durch den Kollegen. Okay. So. Aua. Nimm mal Bordstein. Ne, ich glaube, das war ganz knapp. Jetzt habe ich hier noch Stau, oder wie? So, die Endhaltestelle von 115, also die hintere. Genau, also wo muss ich denn jetzt hin? Einfach bis zum Ende denn wieder, oder wie? Von der Straße? Ja. Naja, dann wenden, wie gesagt. Ja. Und dann rechts rein wieder. Ah, okay. So, dann fangen wir mal hier rechts, damit wir hier... Boah, was ist denn das? Das war jetzt ein lautes Geräusch. Das war der Motor vom C2 gerade, es tut mir leid. Was macht der denn jetzt hier? Ich will da nicht vorbeifahren, sonst gibt es hier noch... Ich hatte keinen Crash, hatte ich einen Crash? Doch, ich hatte einen. Ja, doch, du hattest einen. Ja, zählend auf Eiche. Genau. Zählend auf Eiche. Ja, genau, gut, das war nicht mein Fehler. Das eine könnte man drüber sprechen, ob... Also eben hier gerade, als ich eingebrungen bin, zur... Also nach Neuruppiner Straße, es könnte mein Fehler gewesen sein, kann man durchaus sagen. Und ansonsten hatte ich einen Bug. Und jetzt will ich hier aber nicht nochmal einen Fehler, deswegen habe ich den mal jetzt hier. Fahren lassen, den Malermeister Matuschek. So, dann warten wir mal auf Tim. Genau, ich bin gleich da. Ja, leider sehen wir uns nicht. Können wir uns ja nochmal ein bisschen dahinter die Kreuzung angucken. Ach Gott, jetzt leckt das hier. So, warte, warte, ist jetzt hier der... Okay, das hier ist dann der Terminus, okay? Dann hätte ich die erste haltestellt, die zweite. Die zweite. Ja, genau. Die erste ist für den 118er. Super. So, dann sind wir da. 15 Minuten Rundpause. Warte, ich mach mal... Ach, der Motor ist automatisch ausgegangen gerade. Okay, das ist eigentlich auch nicht normal. Das ist nicht normal. Ich bin glücklich, dass ich passend angekommen bin. Ist ja auch komisch, dieses... Also irgendwie läuft ja alles nicht richtig. So. Gut. Ja. Das war unsere Eingangsfolge, würde ich sagen. So, die erste. 115er. Sven, sicherlich noch... Also vielleicht machen wir auch noch die Rücktour. Also vielleicht nicht heute. Aber das ist egal. Für euch ist ja auf YouTube egal. Ja. Mal sehen, wie lange Omsi-Videos kommen werden. Hoffentlich so lange wie möglich. Aber ich hab immer das Gefühl, dass dieses Spiel nicht super läuft. Man muss immer gucken. Von Fall zu Fall. Und ansonsten kommen, wie bereits angesprochen, natürlich auch weitere Videos. Sowohl Multiplayer-Spiele als auch in meinem Falle, denke ich, Singleplayer-Spiele. Ich glaube, Marc würde das auch machen. Ja, ja. Selbstverständlich, ja. Genau. Und ansonsten alles sehr frei. Also ich würde jetzt keinen Sendeplan haben wollen, sondern mal gucken. Wir haben ja noch viele andere Dinge zu tun, also in unserem privaten Leben. Ja. Und dementsprechend müssen wir das alle noch gucken. Und je nachdem, ja, einfach mal schauen, hab ich ja bereits gesagt, wie viele verrückte Menschen wir noch erreichen können. So sieht's aus. So verrückt wie wir, mindestens. Genau. Das war noch nichts, was wir heute gesehen haben. Nein. Also, wenn das Eis hier bricht, sag ich mal, dann geht's richtig los. Gut. Super. Ich würde mich jetzt verabschieden wollen. Hast du noch was, Marc? Nein. Nein, nein. Da schließe ich mich an. Dementsprechend, dann, auf ein neues irgendwann mal. Genau. Vielleicht im nächsten Video. Genau. Na dann, bis dahin. Ja, tschüss. Tschüss. Tschüss.